Jo, und damit begrüße ich Sie zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Special-Video? Keine Ahnung. Joa, wir werden uns heute dieses schöne Paketchen hier ansehen, Nintendo Labo. Joa, die lustige Bastelaktion. Ich dachte mir, komm, ich will es mir auch einmal ansehen. Und, ja, wir werden uns das heute ansehen. Ich denke mal, wir werden den heutigen Part eher dazu nutzen, ähm, ja, das Ding auszupacken im großen Teil. Aufbauen werden wir wahrscheinlich dann erst ab dem nächsten Part machen, das uns mal so ein bisschen anschauen. Aber viele Parts möchte ich eigentlich nicht machen. Das ist so ein kleines, kleines Special-Reihe-Video, würde ich es mal bezeichnen. Meine Switch habe ich schon angemacht, wie Sie da sehen können. Ja, meine Switch habe ich schon angemacht. Ich hoffe, man hört alles. Im Übrigen, ich mache mal den Ton am besten hier ganz laut, weil man soll ja auch dann gleich alles hören. Würde ich jetzt mal so sagen. Und, joa, dann würde ich sagen, ja, meine krassen Spiele. Ich weiß ja nicht, ob man sie so richtig gut erkennen kann, aber ich denke es mal. Gut, dann wollen wir mal kurz meine Joy-Cons beiseite legen. Dann packen wir mal das ganze Ding hier aus. Komischerweise hier unten ist die Schlaufe, warum auch immer. Aber gut. Wenigstens ist es nicht verklebt oder so, sodass man das ganz einfach aufkriegen könnte. Die Betonung liegt auf könnte, wenn das nicht so ganz fest wäre. So, wunderbar. Welcome to Nintendo Labo. Das hört sich ja mal viel Versprechen an, ne? Oh, da kommt schon was raus hier. Muss ja alles hier schön in die Kamera halten hier, damit sie es ja auch sehen. Getting started. Viel Text, den ich nicht lesen kann. Achso, naja, es geht um die Software. Ja, gut. Die haben wir ja hier schon. Die stecke ich auch dann mal direkt mal rein. Ich denke, das tun wir als allererstes mal, so wie es auch hier steht, dass wir das als erstes tun sollen. Dann machen wir das doch mal. Aber halt, Schwede, wie viel Kram hier drin ist. Das ist ja mal unfassbar. Na gut, das kann ich ja schon mal öffnen hier. Ich weiß ja nicht, wozu wir das alles hier brauchen werden, aber Gummibänder, normale Schaumstoffbänder. So sind das dicker oder wie? Sieht so aus als ein Aufkleber. Ja gut. Ja, da geht das Bastelherz auf, könnte man so sagen. So, dann machen wir mal noch das Spielchen hier auf, die wunderbare, sehr viel gestaltete Spielhülle kann man sagen. Da ist viel drin, aber das Gefühl, die haben wir fast gar nichts, sondern nur halt die Spiel-Cartridge. Die gibt es ja hauptsächlich heute. Boah, die gibt den ganzen Müll hin, da wird ja bestimmt ganz schön viel werden, ne? Ja, wo geht das mal hier hin? Muss gleich dann, muss ich gleich aufräumen. So, dann stecken wir jetzt erstmal die Cartridge rein. Stecken die Cartridge rein, so rum natürlich. Ich habe im Übrigen auch so einen kleinen Ständer, wie Sie es sehen können, damit Sie schön auch die Switch sehen können, so gut wie es geht. So, dann wollen wir mal gucken hier. Ja, ich will meinen Benutzer haben und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal, was dann dabei herkommt. Okay, verwendet unabhängig von Konsolen oder Software-Einstellungen die HD-Vibration. Okay, interessant. Ah, ha, 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 ha. Deine Controller werden aktualisiert. Okay, interessant. Ähm, gut. Und dann werden, hoppala, die Controller eben aktualisiert. Gut, dann machen wir das mal eben. Ich denke mal, ich spule mal in der Zeit ein bisschen vor. Wunderbar, damit werden beide abgeschlossen. Sehr schön. So zu, dass gut ist, keine Ahnung, aber naja, gut. Legen wir mit dem Bauen los. Okay, alles klar. Zuerst, wie gesagt, geht vielleicht das ganze Ding mal, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu laut. Ich denke, die muss ich auch nicht übertreiben mit der Musik. Ich hoffe, ich hätte vielleicht das alles mal rausholen sollen. Kann ich jetzt erst mal machen. Hier gibt es einige Bögen anscheinend hier. In schwarz, in grün, in blau. Also gut, man sieht ja schon, das ist das, glaube ich, fürs Angeln. Das ist auch fürs Angeln. Das ist auch fürs Angeln. Das ist auch fürs Angeln. Wie braucht man denn fürs Angeln, bitte? Eieiei. Und das ist gleich für das Haus. Ich habe da auch gesehen, schon hier bin ich auch raus dabei. Wie mögen sie das denn hier? Eieiei. Ich habe mir auch schon überlegt, ich weiß noch gar nicht, wo ich das Ding dann ablagern, wo ich die Dinge ablagern soll, wenn ich die gebaut habe. Hilfe sind das viele. Oh Gott. Wow, also Nintendo geht echt Spaß am Umlenpappe. Das muss man sagen, hier. Eieiei, das ist schon gar nicht raus, hier. Alter Schwede, ey. So, das waren jetzt alle. Kannst du mal weggehen hier? Brauche ich nicht hier. So, dann können wir mal sehen hier. Vielleicht jetzt gerade kurz. So. Das sind alle Bögen hier. Also, ja, da würde ich mal sagen, ist ordentlich. Wie viel ist das jetzt hier? Ich will das mal kurz wissen. Ja, unhandlich sind die Dinger auch noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sieben. Neunzehn, neunzehn, zwanzig, 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 dreizehn, zwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, fünfundzwanzig, sechundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig Stück. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Gut ab. So, wie mache ich das jetzt hier drauf tippen? Ah, okay. Bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht ja mal krass aus hier. Ah ja, und das Ding bauen wir ja wahrscheinlich auch noch dann da. Willkommen bei Nintendo Labo. Jetzt bin ich krass. Es ist Zeit, etwas zu bauen. Aha, okay. Haltet vor, gedrückt, das Video abzuspielen. Achso. Ja, stopp, 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 stopp. Okay. Das ist aber auch ein bisschen nervig. Hier kann das nicht einfach so gehen, aber okay. Okay, so baut man die Joy-Con-Halte rum. Okay. Trenne nur dieses Element aus den Pappbögen. Okay. Das schwarze A-Ding. Ich glaube, das habe ich jetzt hier ganz hinten, glaube ich. Ja, das dürfte das hier sein. Die fallen schon hier mal runter. So, ich denke, das dürfte das hier sein. Nehme ich eigentlich noch auf. Ja, wir haben schon acht Minuten hier, alter Schwede. So, dann trennen wir mal das Ding hier raus, ne. Das sollte ja das hier sein. Wenigstens scheint das wohl ganz einfach rauszutrennen zu sein. Jetzt nicht, wo man noch mit Schere und Kleber oder so hantieren muss. Also ich glaube, dann hätte ich das LP oder diese Videos... Hoppala, nicht machen können. Jetzt mache ich schon halb kaputt hier. Ich werde dann doch noch ganz vorsichtig hier hantieren. Na komm, geh raus. So. Hier geht's weiter. Die anderen Elemente werden später benötigt. Bewahre Pappbögen, solange gut in der Schachtel laufen gehen. Wobei, die in der Schachtel laufen. Freut mich ja jetzt schon, die wieder da reinzupacken. Aber dann meint das so, wie ich sie sehen soll. Hat man sie zumindest noch so, so mehr oder weniger halb im Bild. Ja, wobei, du kannst dann ja auch erstmal da rein. So. Aber hier alles schön aufgefahren hier. Nur das finde ich ein bisschen nervös, dass man hier so tippen muss. Es ist sinnvoll, die Konsole aufzuladen, wenn du das Toy-Con baust. Aha, okay. Kann ich das jetzt so machen? Warte mal kurz, zeig mal, wie sieht der Akkustand? 98. Das sollte wohl noch halten. Beim nächsten Mal werde ich das wahrscheinlich an einem Auflade-Ding machen. Aber ich kann das ja hier zum Glück, hier kann ich das ja schön anstecken. Es ist aber auch, wenn ich das gerade so drüber nachdenke, eigentlich total sinnvoll. Kann ich euch ja mal schnell eben zeigen. Hier bei Nintendo hat ja das gut überlegt, das Auflade-Ding hier zu machen. Wenn man jetzt nicht so ein schönes Stand-Ding hat wie ich, versucht mal, die Switch so aufzuladen. Wie soll das gehen? Also, tut mir leid, das ist aber ein bisschen blöd gemacht. Da muss man die schon so hinstellen. Wenn man sich immer so wippt, mhm. Also, ja, es tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen blöd überlegt. Aber, na gut, lassen wir es mal so stehen. Ich habe ja zum Glück so so ein schönes, so einen schönen Standfuß. So, berühre den Bildschirm mit dem Finger. Ah, interessant. Ich mache so schön meinen Bildschirm da kaputt, aber dann kann man wenigstens was sehen hier. Wunderbar. Achso, das kann ich hier noch austrennen. Sehe ich gerade hier, dass dieses Loch hätte ich noch raustrennen können. Berühre den Bildschirm. Achso, zoomen. Aha, okay. Ich mache meinen schönen Bildschirm kaputt. Achso, rumschwenken. Oh, das Kamerasymbol unten links, um die Ausgangsansicht wieder herzustellen. Aha, okay. Äh, ich finde übrigens, der Kontrast ist hier auch so ein bisschen hier etwas schlecht, meiner Meinung nach. Weil die Schrift da manchmal ist überhaupt nicht richtig gut zu lesen, aber gut. Äh, ja. Gut, dann mal weiter. Äh, Vorsicht, Vorder- und Rückseite unterscheiden sich und die bedruckte Seite muss nach unten zeigen. Alles klar, wird erledigt. Die Schlüssel zu einem guten Toy-Con ist ordentliches Knicken entlang der Falzlinien. Orientiere dich an ihnen. Äh, ja, okay, erkenne ich. Zuerst knickt man die Falzlinien vor, bevor man mit dem Bauen beginnt. Und wenn du alles richtig gemacht hast, steht die Pappe von allein auf rechts. Sie muss nicht perfekt senkrecht sein, das ist nicht wichtig. Alles klar. Machen wir das ja mal. Also nicht perfekt senkrecht. Ich denke mal, das sollte so sein. Es gibt ziemlich viel, ziemlich viele Falzlinien. Leg am besten gleich los. Wenn du eine nach der anderen faltest, ist es bald geschafft. Okay, welche ist es? Es ist die hier, okay. Ja, kommt schon langsam hin. Man kann schon eine Form erkennen. So, dann wieder normal legen, okay. So, dann das Ding hier. Ich glaube, ich falte die jetzt einfach mal. Ich glaube, das tue ich jetzt auch. Ich falte die jetzt erstmal. Weil ich denke, ich kann mir ja vermuten, was da noch zu tun ist. Das ist so nervig, dass man da immer noch draufdrücken muss, damit es weitergeht. Ja, das habe ich gemacht. Siehst du, was es ausmacht, zunächst ordentliches Falten bereit zu leisten? Ah, okay. Ich kann es schon erkennen, langsam. Und jetzt dürfen wir das hier wahrscheinlich dann hier reinlösen. Wahrscheinlich gleich. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Steht jetzt nur was ab, aber ich glaube, das soll wohl so sein. Na gut. Ja, genau. Die Lasche, das habe ich mir schon so gedacht, dass die da rein muss. Das war ja offensichtlich. Das hatte wohl jeder hier erkannt, dass das Ding da rein muss. Da haben wir schon ein kleines Handy. Nee, Spaß. Oh Gott. Ah, okay. Dann das Ding hier noch dran. Ist ja jetzt relativ easy tatsächlich. Und die Lasche hier, wenn ich auch nochmal kurz umknicken muss, kommt dann da rein. So, wunderbar. Dann wäre es das schon. Dann wäre es das schon, das ganze Ding hier. So schnell wäre es aufgebaut. Fertig ist die Joy-Con-Halterung. Nun brauchen wir nur noch das Joy-Con, das rechte, also das blaue hier. Ah, okay. So kann ich... Ah, okay. Das ist auch praktisch. Das kann ich mit dem Joy-Con auch machen. Wunderbar. So, und das soll an die Rückseite, dass es dann so im R-Knopf dann hier passt. Soll wohl so richtig sein, ne? Joa, ich denke mal. Die Übungsstunde ist vorbei. Uh. Zeit, den ersten Joy-Con zu bauen. Wow. Diese Animation. Uh. Ist ja der absolute Wahnsinn. Bauen. Ah, okay. Hey, wir können es das dann jetzt also aussuchen hier. Ähm. Das RC-Auto. Ich glaube, das tun wir auch. Wir machen das RC-Auto. Das sieht mir, glaube ich, von den Teilen her am einfachsten aus, was wir als erstes machen werden. Ja, ne, das Klavier ist auch, denke ich mal. Ne, wir machen das, ähm, das Auto. Das RC-Auto. Joy-Con-RC-Auto. Was sagt eigentlich die Zeit hier? 15 Minuten. Ja, ein bisschen können wir uns da nochmal angucken hier. Bauen wir das RC-Auto. Wobei, dann kann ich es ja bestimmt hier erstmal wieder rausholen. Aus dem Ding hier. Das Projekt besteht aus zwei Arbeitsschnitten. Okay. Interessant. Eins von zwei. Zuerst das Auto und die Antenne. Trenne diese zwei Elemente aus den Pappbögen-Auto-A hervor. Okay, das wäre grün. Wenigstens kann man die gut auseinanderhalten, würde ich sagen. Ich glaube, von dem Auto gibt es auch nur... Ja, ich glaube, das Auto gibt es auch nur hier. Das hier. Sieht so aus. Gut. Gut, also das große Ding hier unten. Okay. Schön aufpassen. Ich will es ja nicht verknittern. Wobei das wahrscheinlich sehr leicht passieren kann. Das kann sehr leicht passieren, dass man das so zerknittert. Wobei aufpassen. Muss man auch verpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. So. Ich bin auch mal gespannt, wie das ankommen wird. Ich weiß ja nicht so recht. Es gibt doch manche, die das streamen. Nur streamen kann ich leider schlecht, weil... Das mit der Cam zu machen, das ist ziemlich ungünstig, dass ich da so einen festen Stand habe, weil die muss ja an einem festen Stand sein. Und das kann ich beim Streamen ein bisschen schlecht machen. Deswegen, weil die kriege ich sonst nicht an meinem PC dran. Und deswegen nehme ich das lieber auf. So, das Ding. Ja, das Ding. Wunderbar. Und dann noch das Ding hier oben. Ja gut, das kann wahrscheinlich einfacher werden. Ja, das ist angenehmer. Zum Glück, wohlgemerkt. Aber ich glaube, das ist ja so irgendwie, dass man das Ding da dann da rausmacht, glaube ich. Also, dass man die Switch so hält und dann das Ding fährt, glaube ich. Boah, das ist aber wesentlich angenehmer, das mit den Joy-Cons zu machen, muss ich gestehen. Äh, ja. Ja, das ist klar. Die paar habe ich wieder schön in die Schachtel gepackt. Äh, falls du Probleme hast, wähle einfach... Ja, weiß ich. Stelle immer sicher, dass die Elemente mit der abgebildeten Seite nach oben liegen. Achte auf die gedruckten Markierungen. Ja, das sollte auch wirklich klar sein. Aber ich sehe da noch, hier gibt es noch so ein paar Dinger, die man noch rausmachen kann anscheinend. Mache ich dann auch noch mal eben schnell raus. So, da oben. Äh. So, das sind die zwei Dinger wahrscheinlich. Hier, die mache ich noch mal schnell raus hier. Ich glaube, die brauche ich dann noch nicht mehr. Diese kleinen Löcher hier. Nee, das soll wohl so sein. Ja, und das soll wohl auch so sein. Gut, dann lassen wir es jetzt mal so. Dann kommt das hier erstmal weg. Ach, gut. So, das kommt erst mal beiseite. Dann nehmen wir das hier. Das kommt hier nach unten. Der Schüssel zu einem guten Toy-Con. Ja, das ist die Falzlinie. Kennen wir schon. Okay, erst das obere Stück. Erst das obere Stück. Alles klar. Oh, das ist praktisch mit der linken Hand. Okay, und das Ding hier. Das raustrennen. Und dann kommt das da hin. Wunderbar. Und dann die einzelnen Seiten. Auch klar. Auch selbst erklärend. Wenigstens macht es das allem etwas einfach. Okay, wenn jetzt die zwei, die kleinen Seiten hier umdrehen. Dann kann ich auch schon den hier reinknicken. Ja, genau so. Zack. Und zack. Schon mal die hier. Bin die schon hier. Praktisch mache ich die auch schon mal mit. Ja, wird ja auch mir jetzt gezeigt hier. Ist ja selbsterklärend hier lang. Mehr oder weniger. Ist ja zum Glück, dass man das hauptsächlich zusammenstecken muss. Ich hätte keinen Bock gehabt, das alles zusammenzukleben. Ja, haben wir auch schon. So, auch noch die zwei hier. Alles klar. Mach ich auch noch. Mach ich auch noch für euch. Mach ich natürlich auch noch für euch. So, wunderbar. Ich bin ja so frei und mach das alles für euch. So. Okay. Jetzt das Ganze so leicht zusammenschieben. Okay. Interessant. Machen wir mal. Kann man schon, glaube ich, so eine Form erkennen hier, was das ergeben wird. Ah ja, genau. Die müssen... Ah, okay. Der muss nach oben zeigen. Okay. Der muss so rein. Alles klar. Hätte ich das eigentlich jetzt eher anders erwartet, aber okay. Ja, ich denke, so dürfte es richtig sein. Achte darauf, dass sich beide Laschen in den Berühr... befinden. Ja, sieht hier unten auch aufmerksam an. Genau so. Wenn ihr es hoffentlich sehen könnt. Okay. Dann kommt das Ding da noch dahinter. Boah, ist so festzuhalten hier. Vielleicht sollte ich die andere Lasche erstmal so daneben halten. Ich denke, das ist vielleicht einfacher. Und dann kommt die da rein. Okay. Kann ich natürlich nicht so so mit diesen Geräuschen machen, aber naja, gut. Gut. Ich weiß nicht, ob das so gut hält, aber naja, gut. Hast du die Lasche vollständig durch den... Ja, habe ich. Dann noch wahrscheinlich umknicken, ne? Ah, nicht so ganz. Egal. Hoffen wir erstmal, dass es so hält. Okay. Dann jetzt auch auf der anderen Seite. Alles Klärchen. Alles Klärchen, Popärchen. Wie sagt man so schön hier? So, das geht schon ein bisschen schwieriger hier, muss ich sagen. Aber gut. So ist es dran, würde ich mal sagen. Schick, schick, schick. Fluck. Diese Animation, ey. Ja, ja, ja. Ist auch richtig drin hier. Denke ich mal, ne? Ja, sollte richtig drin sein. Jo. Gut. Dann, äh, aufstellen. Okay, steht sie sogar schon. Wunderbar. Fertig. Okay. Interessant. Okay, jetzt das andere Ding. Alles Klärchen. Wird erledigt. Die zwei umknicken. Wunderbar. Ist das eigentlich schon jetzt noch der erste Schritt? Okay. Wow. Die Antenne ist fertig. Okay, jetzt gehen wir zu 2-2. Für das, für den Controller. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ach, die Laschen passen da rein? Äh. Ja, doch, das passt tatsächlich. Okay. Das ist ja eher nur die, die wahnsinnig tolle Aufmachung hier. Boah. Sieht das, sieht das Wahnsinn aus. Das sieht so billig aus. Ja, ich habe beide eingeschoben. Fertig. Äh, sieht so billig aus. Oh, gut. So, jetzt kommen die zwei rein. Ja, die habe ich schon bereit. Ich habe eine in der Hand. So, der ist Elding. Alles klar. Minus an Minus. Alles klar. Das ist dann so. Kennt man ja auch schon von diesen anderen Halterungen da, die man total leicht kaputt kriegen kann. Aha, die muss ich da jetzt reinschieben. Okay. Äh, wie rum denn nach oben? So, vielleicht. Das sieht mir zwar irgendwie ein bisschen wackelig aus. Das scheint aber so zu passen. Das sieht mir irgendwie total wackelig aus, das Ding. Aber... Ne, scheint richtig zu sein. Kommt mir irgendwie nicht so vor. Aber ja, das Licht muss da an der Seite sein. Ja, ich denke mal, das dürfte so passen. Wow. Ja, für mich sieht das so richtig aus. Irgendwie passt das da oben nicht so richtig hier. Keine Ahnung. So, dann der rechte. Auf dieselbe Art. Achso, nicht zurück. Ah, nicht zurück hier. Vorne. Was ist das? Falsche Ding hier. Alles klar. Ich bleibe dabei. Irgendwie sieht das nicht so ganz so so im Sinne des Betrachters oder im Sinne des Erfinders. Das kommt es mir irgendwie so vor. Weil wenn ihr mal richtig guckt hier, das sieht irgendwie so, als würden die hier abstehen. Naja, aber gut. Lassen wir das mal. Ja. Keine Sorge, wenn es so aussieht, als seien die Joy-Con-Controller noch etwas lose. Das ist der Clou am RC-Auto. Ja, genau wollte ich ja gerade sagen. Das sieht mir nämlich etwas unstabil aus. Aber gut. Wenn das so da doch im Sinne des Erfinders ist, dann soll mir das recht sein. Gut. Können wir denn jetzt schon fahren? Spielen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt soll das ja eigentlich fahren, das Ding. Wobei, muss schon so sein wahrscheinlich. Beim Spielen mit dem Toy-Con-RC-Auto. Stell sich ja, dass es auf einer ebenen und glatten Oberfläche ist. Das sollte es wohl. Alter Schwede. Habe ich jetzt gemacht? Achso. Ich will es dir zukommen lassen. Wow. Ist das der Wahnsinn. Aber gut. Funktioniert halt hauptsächlich durch die Vibrationen hier. Aber ich kann doch nicht zurückfahren, oder wie? Achso. Man kann die Frequenz hier auch noch umstellen. Wow. Was alles möglich ist durch die HD-Vibrationen. Wow. Ach, da ist doch noch eine kleine Cam dahinter. So eine A. Interessant. Aber gut. Die lasse ich erst mal zu. Wundert mich, wie da die... Vielleicht durch den Sensor hier. Das könnte wahrscheinlich sein, dass da die Sensorkamera ist. Aber irgendwie... Funktioniert das mit dem Blauen irgendwie nicht. Keine Ahnung. Na gut. Ich habe auch die Frequenz jetzt hier noch umgegangen. Oh, Sie sehen meinen Arm hier. Huh. Meine Finger. Huh. Nö. Irgendwie funktioniert das mit dem Blauen nicht so richtig. Der Rote funktioniert gut. Nur der Blaue nicht. Ich muss immer so abwechselnd drücken. Naja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber was alles wirklich ist hier, das muss man ja mal sagen. Ha, da geht rein das Kind im Herzen auf, nicht wahr? Naja, gut. Dann würde ich sagen, das wäre es fürs Erste. Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wir werden uns dann beim nächsten Mal um Angeln kümmern. Ähm, ich hoffe, dass Ihnen das erste, der erste Part von, äh, ja, Nintendo Labo gefallen hat. Oh Gott. Wenn es so ist, hoffe ich, sind wir im nächsten Mal auch wieder dabei. Und, ja. Bis dann. Und tschüss. Euer Cenk. Euer Cenk. Euer Cenk. Euer Cenk. Euer Cenk. Bis zum nächsten Mal.